Bist du Arme? Zei, zei. Ich hab's vergessen. Du wirst stark. Jetzt hab ich's geschafft. Noch zwei Minuten. Aron. Was ist in zwei Minuten? Entschuldigung. Nicht ganz. Hast du es nicht? Es geht noch ein bisschen länger. Es geht etwa noch eine halbe Stunde. Es geht noch eine halbe Stunde. Es geht noch ein bisschen länger. Es geht noch nicht direkt. Es geht noch ein bisschen. Es geht noch nicht. Wir sind mit einem schönen Gläser. Es ist die Pflanzone. Ja. Pizza. Ist gut. Pizza oder Pasta? Pizza. und Spaghetti, ich denke, es ist ein Kass, egal.